Hallo Leute, hier ist Panda aus dem Schnitt und ihr werdet, also dieses Video wird auf beiden Kanälen hochgeladen, auf Olivas und auf meinem, aber ihr fragt euch jetzt, warum sieht man bei Oliver aber nur alles von dir? Ähm ja, Oliver, sein OBS hat ein bisschen rumgespackt und es war einfach nur ein Standbild, dann ist sein Spiel irgendwann abgestürzt am Ende, aber ich hoffe euch gefällt der letzte Part von Pamela, trotzdem. Mit dem? Eklige Schweine, Alter, immer am Röpsten, Alter. Blödes, blödes Röpstier. Egal, äh, hallo Jeremy, wie geht's dir? Jeremy Pascal! Das wird die letzte Folge von Pamela sein, weil, ja, ähm. Musik Auf jeden Fall. Lass schlafen. Der Maulbisse. Hast du dafür gekieelt? Ja, natürlich hab ich mich gekieelt. Arschloch. Soll ich fett reinschneiden. Ah, bam, hier, zack. Ach, leck mich doch, masch, jetzt hab ich nicht. Äh, ja, hier. Blüblöcke. Müssen wir noch machen. Digga, schmutz. Was? Okay, lass einfach hier auf den Dirk. Hä? Weil da deine Zusatz zerstört, Digga. Au, 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 au. Blefotz. Blefotz. What? Ich bewirf mich einfach mit dem Müll. Nimm eins. Und schmuck. Äh, äh. Du leckst richtig schlafen. Er fällt immer wieder runter, Alter, du. Oh, boah. Wollen wir das kindersicher machen? Kindersicher? Ich hüpfe doch nicht da nochmal rein. Nein. Nein, 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 darf nicht in den Leid. Nein! Nein! Oh. Ha. Verfehlt. Nein! Okay. Ui. Ach, denn nein. Bitte explodier, bitte explodier. Bitte explodier. Äh. Ja! Cool, Fläche. Ja. Boah, scheiße. Hieeeese. Hoch. Hoch. Huch. Bist du, du klankst. Ich öffne die ganze... Bob! Bob! Hallo, Bob! Ich mag dich nicht! Bob! Bob, nein! Bob! Oh, Schuss, Bob. Ja, easy. Oh, ich hab so ein Schwert gekriegt. Nice. Nee, ich hab so ein Schwert gekriegt. Ich hab so ein Schwert gekriegt. Oh, ne Schaube. Boah, danke! Meine Schwert. Hm, hm, hm. Chainmail. Ui. Oh, come! Oh. Nein. Haha. Doch. Oh, 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 20 Diamanten, Diamanten! Oh, doch mal. Ja, ich hab alle Diamanten direkt aufgesammelt. Ich hab sie direkt in mein Inventar bekommen. Easy. Worauf zieht ihr denn? Oh, wie alles leckt. Oh mein Gott, alles fliegt. Essen. Oh, was bist denn du? Heroes Potion. Holy shit. Oh, macht der Fallen. Another portal. Aua. So, die Arte, das war eigentlich einfach verkackt, Digga. Und spielten das Spiel mit dem Krokodil. Doch Ketapan, der Kind konnte niemals verlieren, drum musste er das Spiel mit scharfen Klingen präparieren. Das Freundschaftsband ist da doch nicht in zwei, wie es kippt ins Abend. Und danach gibt's auf mein Account im Kanal wahrscheinlich nie wieder eine normale Feuerwehr. Erst mit dem Tönen Racheplan gegen seinen einzigen Road in Ketan. Und dann gibt's auch noch ein paar Bücher, Digga. Ich fick mein Leben. Ich hab doch alles geplant. Boah, ich hab Wasser gestoppt. Alles hab ich geplant. 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 Ich fliege. Okay, ich hab... Ah, ich hab viel zu viel raw Mutton. Oh, ich schwimm in Lachwa. Ist das nicht nirgends, Digga? Ist das Serveness so kaputt? Ah, ich bin drin, hallo. Ah, was meinen die Digga? Ah, ich hab Flashbacks, ich hab Flashbacks. Böse Erinnerungen, böse Erinnerungen hab ich hier. Oh. Du musst nicht bauen wie ein Bekrippelter. Doch, ich muss. Das ist, äh, meine Art. Spielen. Ah ja. Bin ich oder gefallen? Ich doch nicht, ich doch nicht, ich doch nicht, ich doch nicht. Diese Poppy würde ich bis zum Kampf, bis zum Ende des Kampfes behalten. Wow, es schießt ein Ei. Let's go. Wow, iPhone. Ich hab doch gerne den Enderdrachen geworfen, meine Enderperle. What the hell? Über 4,1, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Yo, du verschlägst du? Ja. Das war's für euch. Ja die spawnen auch einfach so. Das ist das Ding. Diese Lucky Blöcke spawnen manchmal einfach so. Mach kaputt. Mach kaputt den Lucky Blöcke. Oh, hab's kaputt mein Ding. Mach kaputt. Aua. Das ist so cool. Hallo komm mal nach unten. Hallo komm mal nach unten. Aua amus kotzen, amus kotzen, amus kotzen digger. Amus kotzen digger. Come on here, mein Freund, amus. Ha 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 ha. Fuck you, fuck you bitch. Fuck you man, fuck you, ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, ey! Oh, ich verpasste mich. Ich besiege den. Oh, das ist so schade. Oh, mach das. Ich habe jetzt meinen Motor Club. Aber kein Clutch. Schade. Was? Das ist so schlau. Oh, die gehen alle nach denen, weil die eigentliche. Oh, ich. 50, ich ändere mich. Oh, das ist so schade. 50, ich will nicht rein. Ich will nicht sein. Er legt sich in die Türme rein. What the hell? Komm, kotz, kotz, kotz. Hier geht es auch immer so schlecht. Warum der Sohn? Ich muss aber mir auch versuchen, dann muss er legen. Es ist so traurig, dass keiner von denen trifft, ne? Es ist so traurig! LOL! 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 Yeah, man! Yeah, we did it! Einfach, sag mal! Was bist du, scheiß Enderman? Die bringen mich halt echt um! Fuck, 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 fuck! Gib mir meine Lämmel nicht ab! Bitte rette mich, Oliver! Hallo! Nein, bitte! Ich bin von drei Pasteren verfolgt! Und ich kann noch keine Enderpenzen, sonst sterb ich! Sterb ich! Alter! Mein Minecraft ist gecrackt! Hast du das Dragon Act? Nein, weißt du's nicht! Nee, ich war kurz zuvor! Äh, ich darf nicht essen! Ich darf gar nix machen, Hilfe! Darf ich? Kann ich? Darf man das? Ich hab gesenke, ich hab gesenke, ich hab gesenke, ich hab gesenke! Das ist ein, das ist ein, das ist ein Lucky Block, das ist ein Lucky Block! Komm, Hilfe, bitte! Nein! Nein! Ich bin gestorben! Geil! Ah ja, nice, Digga! Ja, hoch! Ja, so Leute! So endet eure Pommel! Wir beide haben! Lade, 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 lade! Wir sind noch nicht fertig! Ähm, oh Leute, ich bin respawned! Ich bin respawned! Schiisch! Come on! Ich geb' meine Sachen! Ich bin tot! Und du, bist du ready? Ja! Wow! Wow! iPhone! Aber ich krieg' nicht mal das Advanced Winner! Doch, wir haben es schon! Weil wir das 1er Dragon Act bekommen und durch die Lucky Blocks! Ah, stimmt! Schmutz! Let's go! Schiisch! Wow! Wow! Die End war ja definitiv, und wenn der nicht gecheatet! Auf jeden Fall nicht! Oliver, was hat dir an diesem Projekt gefallen? Also, mir hat an dem Projekt gefallen, dass wir am Anfang normal gestartet haben oder so, dann wurde uns das langweilig und dann dachten wir so, jo, mach mal Lucky Blocks rein. Die Lucky Blocks haben das Let's Play nur verschlimmert und haben das noch komischer gemacht. Und, ja, dann, ähm, hat mir, wir haben zwei, drei Insider gemacht, die wir schon vergessen haben. Ja. Ja. Und... Wow, iPhone! Und ja, iPhone! Ja! Was, äh, 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 was... Ah, da bist du endlich! Ja, ja, ich hab... Ich hab... Was ist bei dir so? Ähm, bei mir? Ja, ja, Mann. Also, ich finde... Es war ein tolles Projekt. Und... Dieses Projekt hat jetzt leider auch ein Ende. So wie jedes Projekt es haben wird. Ähm, aber... Das zirkt uns alle nicht. Also, das ist... Ja. Ja. Wir haben jetzt... Wir haben es jetzt geschafft, ähm... Dieses Projekt zu wenden. Wir haben... Ich weiß auch ganz genau, wie wir am Anfang gesagt haben... Jo. Das Projekt wird länger dauern. Ja. Aber es wurde uns einfach zu langweilig. Weil... Das ist richtig ungrateful, das ist ein richtiger... Lucky Blow. Ja. Sprich rein. Bam. Lucky Sword. Bam. Und jetzt... Haben wir nichts mehr in unserem Inventar. Absorption. Absorption! Okay. Damit kann ich in Lava. Äh... Ja. Ja. Rein da mit uns. So, dann würde ich sagen, es war's jetzt. Wir haben uns so weiter am Anfang nicht gehalten. Wir haben nicht jede Woche zwei Folgen rausgebracht. Nee, jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag haben wir gemacht. Jeden zweiten Tag. Ja, jeden zweiten Tag haben wir ein Video rausgebracht. Ich sag's dir. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das Projekt hat nach einem Jahr... Ha, funny, funny. Ja, das war's. Wow, das war's. Oh, and you better believe it. Just take a bite and see that it's gonna be too much to swallow. You better believe it. Yeah, I got one more trick, but you're gonna be too much to swallow.